23, dritte Woche, Mastekommando, ich muss laufen heute. Trainingsfrei eigentlich gewesen, aber heute mache ich meinen Cardiotrack, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe mich die Woche ein bisschen übermäßig ernährt. Ich will natürlich jetzt eine Fettreduktion erreichen und deswegen möchte ich heute primär Cardiotraining machen. Das ist natürlich eine ergänzende Maßnahme, gerade für Fettreduktion, wenn ich natürlich nicht am Vortag möglichst die Glykogenspeicher gefüllt habe. Das heißt, Fette kann ich immer nur dann verbrennen, wenn mein Glykogenspeicher möglichst leer ist. Und das könnt ihr halt erreichen, indem ihr am Vortag möglichst wenig Kohlenhydrate gegessen habt, wenn ihr nach einer Metabon-Diät das Ganze leert oder dementsprechend eine negative Energiebilanz. In diesem Sinne erhöhen wir unsere Geschwindigkeit einfach ein bisschen. Klappt jetzt nicht, ist ein bisschen langsam, aber ihr wisst schon, wie das funktioniert. Viel Erfolg!